guten abend allerseits grüsst euch schön dass ihr wieder dabei seid hier sind wir zurück hier in satisfactory und ich grüsse mal sunny grüß dich mario hello und phoenix hello sehr schön dass ihr da schon wieder seid ja wir sind wieder zurück hier bei unserer base und wir werden ich glaube das ist irgendwo da hinten weiter bauen heute mal weniger planlos sondern ein bisschen mehr planvoll ich habe wieder ein kleines pläntchen gemacht zeige euch auch mal kurz das ist das hier wir werden nämlich diese aluminium bahn hier oben basteln und für das habe ich hier so kleinplan mir zurechtgelegt nachdem werden wir das ganze hier oben dann basteln dass das ja mal zum laufen kommt ich hoffe wir haben genug strom aber ich würde sagen wir begrüssen mal ganz kurz meine kollegen der mario ist hier der karsten der rike alias micha und das abend guten abend ihr dürft auch mal bei mir halbieren sagen halbieren bei dir ich hoffe funktioniert bevor mario wieder etwas rumtruxelt da dann suchst du den richtigen multilink und bevor mario rein tippt in den chat ich kann einfach copy paste machen ja aber er funktioniert wieder nicht ich weiß nicht warum sowieso vielleicht werde ich diesen bot doch mal wechseln vielleicht habe ich gesagt da copy paste ne funktioniert nicht mario aus irgendein grund ich weiss es nicht gestartet ist er eigentlich guck noch mal ganz kurz fast etwas schneller als ich ja eingeloggt ist er eigentlich also who knows who knows gut also bevor wir lange noch rumstehen hüpfe ich mir jetzt mal runter und gucken wir mal an dass ich hier das menü bekommen mario bastelt heute wie es ausschaut an einem bahnhof weiter ich glaube mich schon macht irgendwas mit strom und liebe sascha macht heute ich habe noch keine ahnung also er baut an keine ahnung ist auch was schönes wunderbar gut dann hole ich mir jetzt mal fünf computer ich möchte auch meine lok meine lok vielleicht irgendwie was ich liebe mein jetpack sehr schön das sieht irgendwie nicht gesund aus was hier ist was ist denn ach so das geht von mk4 auf mk3 so dass doppelpunkt has joined the game sehr schön der nächste doppelpunkt der siert und wird ja schon abtransportiert wunderbar das heißt dann habe ich die computer in unserem lager haben könnte das hätte hinkommen computer ich guck gerade ja ich sehe sie schon ich brauche fünf ich nehme 50 und ich brauche modulare rahmen hinten hinten könnte man mal die funktion schon mal anpassen was brauchen wir denn hier ist ein bisschen viel ha die sachen können wir alle noch gar nicht bauen welchen die können wir noch gar nicht bauen die phase 4 ja nee 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 da müsste man ein bisschen forschen ne ein bisschen mario vielen dank für dein abo dankeschön ich mal ein bisschen nach forschung wer bauten da neue platten rein dass du mach nicht überall den deckel zu ne da sind teilweise durchgänge in der zwischenetage ich mach gar nix ich mach gar nix ich mach gar nix ist der misch überhaupt da also was haben wir denn hier die meilensteine haben wir den schweberrucksack und habe ich jetzt hier ausgewählt weil nice to have dann mache ich auch die aluminium geschichte luftraum luft und raumfahrtechnik wäre ein so ein teil die montageleitsystem das linke icon oben drohnen landeplatz auch können wir dann drohnen fliegen oder ist das nur für npcs ich habe keine ahnung das ist schutzanzug auch ok mk5 bänder brauchen wir auch aluminium stufe 8 wäre magnetfeldgenerator das zweite icon dann stufe was haben wir hier alles nicht ach du hast die computer hast du hier schon reingeschmissen therma nein aber könnten wieder wie gesagt da fehlt doch aluminium thermale raketen antrieb ist das dritte und das letzte ist nukleare paste ich schmeisse da schon mal ein paar sachen rein ja dann gehe ich mal gucken dass wir da vorankommen mit dem aluminium ich guck mal dass ich die anderen sachen schon mal so weit voll mache ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden da sah das alles ganz anders aus ja irgendwie schon die ganze welt haben wir umgebaut komplett das sah alles viel systematischer aus würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen doch bei sascha doch kann ich dir sagen ich habe zugeguckt äh da fährt gar noch keine sind gar noch keine schienen hä wo ist denn unser zugbauer ähm was ist das ok das bedeutet da kommt der zugbauer ich weiß was ich mache was ich werde gucken dass so ein paar überschusssachen ins lager fahren weil da müssen wir ein bisschen was füllen du kannst ja auch gucken dass vielleicht der schreddert mal eine schönere position bekommt vielleicht irgendwo in der nähe vom lager dass da unten nicht so ein gewurzelt ist dass das gleich hier oben geschreddert wird glaub ich auch grüß dich lupina dann fange ich glaube ich auch damit direkt an oder kann man mit dem zug sowieso irgendwie fahren wie man möchte oder muss man da immer in der es sollten gleise liegen gleise habe ich äh äh er fährt rückwärts nein halt fährt nein brems brems ich glaube da komme ich nicht hoch äh halt ich halte mal eben das überschussband an du komm der Lokomotivenfänger na na es lässt sich aber nicht abbauen hallo aha nochmal und jetzt so super toll okay plan gescheitert da da also gucken wir jetzt zuerst mal was lachst du lachst du mich etwa aus nein an 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 du lachst mich an ah sehr schön also ich brauche Kupfer das ist irgendwo da hinten wo ist der Kupfer wo ist der Kupfer ich kann die ganzen Schienen abreißen oh da hat aber Mario keine Freude äh ich Mario ist da oben also irgendwo hier müsste Kupfer sein ouch ein schöner Tower da oben kann man machen noch ein bisschen Musik hier die Musik zu laut ist einfach sagen ja die falsche Farbe hat der Zug sowieso aber meinst du wegen dem hat der vielleicht nicht reagiert das könnte natürlich sein also na das geht so nicht ähm drucken wir uns erstmal den Eingruppler aus der da noch drin ist genau das meinte ich äh machen wir mal so Kupfer was wir da rein äh muss man dann nur gucken dass wir dann irgendwie noch den Rittern da runterklicken mach mal kurz weiter sofort bevor Einstellung laden übernehmen so dann weiß ich in die Richtung muss ich und das bringen wir irgendwie nach da oben mal ganz kurz das nuklearen Sturm hier so ist die Frage wie kommen wir da hin ohne dass wir sterben gleich nicht runterfallen ich hab mein Chatbag dabei alles gut alles gut ähm Autos drüben irgendwo so so ach herrje ähm ach herrje das wird weit ein weiter Weg dann setzen wir mal hier den da hin da hin dann mal hochflattern hier und dann na na aulek oh und es ging runter hm wo haben wir denn hier Strom ich höre doch den Micha gar nicht ne ich auch nicht ich schätze mal also entweder hat er uns gemutet und sich bei uns oder sein Mikro geht es komplett nicht oder er hat äh 129 müsste irgendwo da hinten sein oh redback ah sehr schön da ist mit Strom da ist sie ja da ist sie ähm ich hab sie jetzt gerade geschrieben jetzt höre ich dich so aber nicht im stream also nicht so sanfte landung also äh wo hatten wir seinen Anschluss das sieht doof aus wenn das irgendwie vorne rein geht da hat er den Anschluss gut und dann äh gucken was brauchen wir da 100 achso ähm vielleicht also das müsst wir leicht übertakten oder wir nehmen gleich den grossen jetzt hab ich nicht geguckt was haben wir hier drunten überhaupt ähm das war unrein wir brauchen ja noch den Sprit unten ähm also Micha Micha sitzt vor seinem PC und schüttelt mit dem Kopf ja also müssen irgendwie nach da oben so 30, 60, 90 wo wir sind mir fehlt ein Miner sehr schön na komm Micha nach da Carsten jetzt höre ich dich jetzt ist gut jetzt bist du da ich hab kein Platz jetzt hören wir dich äh äh das ist tatsächlich zu gross ich hab Besuch ich hab Besuch der Baun ist heute mal wieder knickende Optik hier na wo bist denn du kleiner 180 not enough Platz okay so jetzt noch einmal machen wir das mal mit denen mit dem Kopf ja fällt mir nicht so und jetzt ähm das ist ein Sprit her ausgang so packt der Treibstoff und rechts geht der überschuss hin oh ups äh warum funktioniert der Schredder nicht kein strom was hat denn so äh so also noch einmal so jetzt geht's also jetzt wo müssen wir lang in die Richtung hä Strom ist da äh hallo wieso macht er nichts lagmania logistik äh hinterer Ausgang soll ein Treibstoff ausgehen ihr müsst aber doch genug Schwerölrückstand sein für meine für mein Vorhaben ne das passt nicht wir brauchen hier 100 so das heisst wir bauen das mal kurz ab so da steht doch noch was den abbeten ach das bist du ach so ach so ja die Tasse haben wir immer dabei na klar so wie isch noch falsche Hand noch mal ab ach Mist ähm so also dann bauen wir jetzt noch mal ein noch ein noch ein miner so und dann das kriegen wir hier nicht mehr ich habe hier gewaltige gelächter und da brauchen wir glaube ich 10 das ist doch nur ein eingang ja irgendwie äh es fehlt mir jetzt warum habe ich jetzt nur einen meiner ja ich weiß nicht bei mir ist auch gerade irgendwo der wurm etwas drinnen da hat doch jetzt wohl eine gebaut machen wir hat noch mal einen also bei mir werden die förderbänder nicht gebaut ach ich weiss warum stepp ich weiss warum ich kann dir nicht bean weil mein Inventar voll ist welch Wunder da kommt ein Zug da kommt ein Zug ich muss nachher nüssen ähm der Schredder fängt an zu zählen das ist sehr gut so geht das jetzt aber die frage schön wenn wir die richtung kommen mit dem unter sehr weit gucken dass wir irgendwie nach der oben kommen aber der flirte und 60 und ein nicht so viel einer reicht 100 teile ne das reicht nicht da haben wir noch einen der sieht aus mit dem zug hier fühlt 100 wagons hier nur dran hänge mario in action die action vom letzten mal noch können wir vielleicht gleich von da abzwicken perfekt leitung zu lang leitung zu lang falsche richtung ich will mal der zehnte stromleitung quer durch den wald gezogen das bringt nur alles für flüssigkeiten in die basis ich gar keine du gar keine aktuell habe ich da nichts gemacht dass naja letzte mal im flüssigkeitenbahnhof hast du da irgendwas angeschlossen was wir geliefert kriegen ja weil nämlich der zug vom flüssigkeitsbahnhof schon unterwegs ist und er hat was geladen bekommen auf welcher ich glaube wir brauchen bald der zweite lok für die in zug hier Das musst du mal mit Mario besprechen. Müssen wir noch eine leere Plattform hinten anbauen. Ach nee, ich habe schon genug gemacht für den Freiraum. Das heisst, wie können wir die? Das ist ein Mk4. Hallo, Harschuhl. So, also, dann gucken wir mal, wie kriegen wir das Ganze nach oben. Ähm, Hebra. Ich bin kein Mk4 geworden. Oh Mann, ich bin heute irgendwie nicht ganz bei der Sache. Also, der liefert 100. Das heisst, ich brauche mindestens Mk2, ja? Stahlbeton müssen wir auf jeden Fall immer noch was machen. Ja, Stahlbeton brauchen wir ziemlich viel. Ja. Okay, das ist zu hoch. Äh, nicht zu hoch, zu nah dran. Mk4. So, jetzt fährt der Sprott hier runter. Wo geht das hin? So. Aber mal hin. Ist das Maximum? Irgendwie sieht das mit dem Schredder auch merkwürdig aus. Okay, mit dem Mk4 geglaub ich nicht. So, das heisst, wir bauen uns jetzt... Ähm, wir haben ja die Leiter, hä? Ja, die haben wir. Also, mit den Förderbändern, die immer stehen bleiben, ist das wirklich... Ah. Kampf. Ich sag mal... Oh, oh. Schaun, wir haben doch noch so viele Stahlbetonträger. So, na... Was haben wir, Stahlbetonträger, so viele? Äh, Stahlträger. Ja, meine ich. Ja. Jetzt will ich gerade mal schauen. Wir haben da oben die ganze Produktion von Mario, das letzte Mal noch, oder? Oben. So, dann machen wir das hier mal ran. Also, hier kommen Stahlträger an. Ja. Genau. Aber halt auch nur aus einer Produktion, ne? Ja. Wir wissen das. Äh, und was ist... Ah, das ist das hier. Stahlwaren kommen zu wenig. Hier kommt zu wenig Kohle an. Achso, weil der Kohle-LKW wahrscheinlich nicht schnell genug fährt. Ja. An was dran kann ich denn die Leiter bauen? Auf dem Boden einfach, oder wie? Wollen wir die Kohle direkt anschließen? Ah, nein, 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 nein. Dann gucke ich, dass ich die mit dem Mk3-Band direkt hierher hol. Das wäre von Vorteil, das, was der LKW bringt, als Bayer-Futter. Ja. Weil so wird das ja nie was hier. Gucken, da unten. Stahlträger habe ich knapp 500 einstecken. Ich fahre mal da hinten zur Kohle und guck mal, was da ankommt. Nein, 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 nein. Wollen wir das überirdisch bauen? Dann baue ich hier eine Plattform rüber. Entschuldigung. Ich meine, wir haben ja das eine, was hier ankommt, was hier von hinten kommt. Hinter der Schwarzpulverproduktion. Das geht ja hoch, ja. Was ich da so verteilt, wenn wir da noch ein bisschen pusten würden. Ja. Weiter stoppt ja jetzt schon. Ähm, komm, wir bauen das aber weiter oben, ne? Ich baue hier mal eine Plattform nach hinten zu der Kohle. Nein, wir verstehen, wenn er versteckt, die heißen Platten, das gibt es doch nicht. Zwei Stoppwerke. Irgendwie die falsche Richtung, Sascha. Ich meinte die im Osten. Ach, die? Ne, ich meine die, wo der LKW langfährt. Ach so, ja, können wir auch machen. Weil die ist relativ dicht dran. Ja, das stimmt. So, versteckt die Eisenplatten. Ich muss mal kurz hier ein bisschen noch in die Richtung rüber. Aber mehr, glaube ich. Ne, hier tun wir schon. Gehen wollen wir ab. Na ja, hier kann man drei LKW fahren lassen, so viel Kohle ist hier drin. Ja. Wenn wir da noch einen MK2 meiner draus machen, dann, äh... Wir lernen, ne? Wir lernen. Der bringt schon 240. 240 bringt der, okay. Ja. So, was ist es? Fast abgestürzt. Das ist ein MK2 meiner. Okay. Sehr schön, sehr schön. Ähm... Kommen wir dann gleich hinter dir entsprechend dran. Ah ja. Okay, jetzt fehlt das. Ist zwar klar, es war so klar. Das sind nur Stangen, hä? Dann würde ich sagen, äh, machen wir das alles mal weg. So, Opfererz. Und so. Was ist das hier? Zwar, eigentlich wäre das gar nicht mehr so dumm gewesen. So, haben wir. Fünf. Ja, ja, ja. Ja, natürlich, du fährst durch. Äh. Andi, vielen Dank für dein... an dein Abo. Dankeschön. So, ich wollte sagen, bau da ruhig weiter. Ich mach dir eben die Plattform da hin. Oh. Mist. Dann nehme ich... die Seite wieder weg. Ja, wir machen es ein bisschen durch, ja. So. Vorsichtig, ist nur noch die eine Plattform, auf der du stehst. Also, das heißt... Oh, das reicht mir. Kommen wir dann nachher wieder hoch da. So. Also, dann holen wir noch ein verstärkte Eisenplatten. Habe die bei unserer Kohlebasis nicht, hä? Äh, verstärkte Eisen... Mh. Habe ich nicht. Äh, es könnte sein, dass da noch ein paar in der Kiste irgendwo liegen. Aber... sicher bin ich mir da auch nicht. Ähm... Achso, dann bist du schon. Bist zu schnell. Ja. Ähm... Nicht du. Ha. Ich auch. Ich auch. Okay, aber das nehme ich noch mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das heißt, wir gucken mal... Platin. Was habe ich? Platin dabei? Und Schnecken auch noch. Ähm... Aber die Dings... Die Hypertubes müssen wir mal ein bisschen boosten, hä? So ein bisschen. Ja. Mach einen doppelten Eingang. Oder einen zehnfachen. Mobs-Geschwindigkeit. Unfassbare Geschwindigkeit. Wahnsinnige Geschwindigkeit. So, ich habe hier den Anschluss schon soweit hingesetzt. Für was? Ne, meinst du mich? Naja, habe ich mir schon gedacht, aber für was? Kohle-Zulieferband. So, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Ach, da. Ganz außen. So. Ähm... An, 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 an. Also, verstärkte Eisenplatten. Warte mal einiges. Ich habe hier... Den, äh... Ach, da. Ja. Nö, da auch nicht. Bin ich blind? Da wollte ich auch gerade eine Plattform hinsetzen, dass du da besser rankommst. Ah, sowas haben wir da zu viel, was wir gar nicht brauchen. Holz. Das brauchen wir definitiv nicht. Wo hast du jetzt eigentlich den Shredder? Ach, da. Schick. Gibt es da auch eine Kiste zum sich entmüllen? Äh, mich hält ich soweit. Ja. Äh, nee, noch nicht. Aber die kann ich da noch mit hinsetzen. Äh, ich habe da schon das Band davor hingesetzt. Ach, da. Also, da haben wir Holz. Ähm, ja, Kiste setze ich gleich da noch mit hin. Ja, passt schon. Mit Silium. Ist nicht ganz gerade. Äh, ich merks. Jetzt. Perfekt. Ich glaube, das nehme ich noch mit. Schnecken. Dann raus. Was ist da? Die Sachen, die spolten ja einfach vor mir auf dem Band. Haben wir jetzt genügend Stahlbetonträger eigentlich? Oder ist das die... Nein. Immer noch knapp. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das wäre ja theoretisch hier, ne? Ähm, wo immer du gerade bist. Na, ich habe es schon gefunden. Ja, eine Etage tiefer müsste auch noch Stahlbeton sein. Ähm, Michael, der Tower, den du gebaut hattest, was war das für einer? Eisen? Eisen, ja. Eigentlich müssten wir dann mal einen Stahl... Tower haben, ne? Jo, das lässt sich einrichten. So, was haben wir hier? Hast du da schon was vorbereitet? Ja, gibt's noch solche Dinge, ja? Mir schwebt da was vor, ja. Aber jetzt brauche ich erst mal Strom. Dazu brauche ich Stahlbeton. So, das heißt, ich werde mir hier nochmal... ...2 Stacks rausnehmen. Dann werde ich mir... Dann werde ich mir nochmal ein bisschen Beton holen. Das ist ein Auto eigentlich da. Achso. Voll konzentriert. Ja, vermutlich. Überhaupt nicht. Vermutlich, ja? Das ist ein... Das ist ein... Stahlbeton. Achso, ein Stahlbeton kommt von unten. Das wird hier oben gar nicht produziert. Das ist alles eine Italien-Tiefer. Das hier ist ein Überschussband, wo ich gerade draufstehe. Carsten, ich habe dein Auto gefunden. Wo hast du mein Auto gefunden? Du meinst den Explorer, oder? Ja. Ja, habe ich gefunden. Vermisst du den, oder wie? Ich habe mein... Ich habe nur... Also, ja. Ja. Sag doch einfach, du vermisst den Punkt. Das ist bestimmt der, der... ...wo einfach verschwunden war. Wo hast du den gefunden? Steht am Kohlekraftwerk. In der Etage, wo die Tubes sind. Achso, ich bin ja hier. Achso. Ja, ja. Voll verwirrt. Ich versuche ja gerade meine... ...Inkredenzen zu finden. Achso. Achso, ich wollte ja... Viel Glück. Schalk. Schalk. Traurig. Schnecken sind Energiefragmente. So, dass man die Gerätschaften boosten kann. Nüsse, aber ich habe genug. Du wolltest doch eine Kiste haben. Wo man Überschuss los wird, ne? So, wo habe ich jetzt meine Leiter? Die ist irgendwo da oben. Entschuldigung? Oh, Strahlungsleppel. Die Sachen sollen die Richtung Lager fahren oder direkt in Schredder? Welche Sachen? Du wolltest ein Lager hier oben haben, wo man seine Taschen leer machen kann. Für Schredder. Direkt in Schredder. Direkt in den Schreddern. Hm. Oh. Da. Das kriegen wir hin. Nein! Nice! Jetzt! So. So. Jedes Mal der Kampf mit der Leiter. Dann bauen wir das hier nochmal eben wieder neu. Und ein Physiobalm in die Richtung. So. Vier. so gehen jetzt einfach mal straight über die noch ein paar stahlbildung träger für mk3 bänder falls nötig so kann ich was kannst du das ist ja ich kann hier nicht anschließend ich glaube müssten auch da oben steht er vielleicht noch ein förderband mast ja an dem wollte ich ja anschließen sie kann sich mal ich kann hier nicht mal an dem fahrstuhl die sachen anschließen wo bist du gerade da oben zentrallage jetzt kann ich das dauert einfach ewig bis der das synchronisiert hat manchmal einfach ein paar sekunden warten waren ja schon zehn sekunden nicht so ungeduldig salz sascha da drüben ist das nukleare gedöns gucken jetzt mal an wir gucken dahin dorthin müssten wir also diese verzögerungen sind nicht schön ja wird sein dass update 1 rauskommt damit die endlich mal die dd software bisschen verbessern ja also ich warte jetzt hier schon fast 15 kunden bis die förderbänder gebaut sind das so lange ja genau entschuldigung entschuldigung okay jetzt zeig ich dir nicht mehr an dass das förderband gebaut wird äh jetzt sind sie da okay die spawnen einfach so in der luft ouch Tom hast du kein jetpack? doch doch ich bin in den baum geflogen das ist die asiatischen bäume da so da steht jetzt neben dem schredder steht ein container die sachen werden direkt geschreddert ähm wenn das förderband denn gebaut wird grüße Mario machst du das schönes also was ich was ich mal gelesen habe ähm gelesen beziehungsweise gehört habe jetzt vor kurzem ups ähm ähm bei solchen spielen wenn man irgendwelche diesen probleme hat soll man auf 60 fps runterschrauben hm ich weiß nicht was ich davon halten soll ok funktioniert das möglicherweise aber gut sind das zu lange langsam diese probleme nein ach nö das eigentlich nicht eigentlich ja das ist schon ähm das update von dem förderband dauert jetzt erst 30 sekunden ok stinke blume geh weg na ach da haben wir da noch was ja ja also er zeigt mir an dass da theoretischen band ist aber da ist noch nichts die förderbänder fahren auch alle nicht was habe ich denn hier alles in den taschen äh 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 du hab ich spiel also ich mein ich auch dann ja 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 die müssen ja auch mal gebaut werden mario was machst du mario ja bist du siehst da die die kisten die der ist born hier ja du hast ich habe kein lager soll ich dir die einsammeln oder bist du behalten ich brauche sie dann okay bleibt das hier da diese form plattform hier oder die höhe bleibt jetzt okay ich gehe nur ein stückchen vor die bleibt so in der höhe ist gut dann gehe ich mit dem andere muss ich doch anpassen ich glaube ich habe mich auf die nase gelegt hier doch aber bist du gerade mit der steuerungstaste toll ich könnte mal ein gewehr gebrauchen kohlekraft kohlekraftwerk bin ich das ist gut in der näher ach wer hätte gesagt dass ich schon wieder kein material habe er läuft könnte man kurz das gewehr gebrauchen ja moment ich bin auf dem weg fast ich bin am kohlekraftwerk er schlägt mich nicht so direkt am ausgang von der hyper tube ich bin hier oben auf dem berg wie mache ich mit dem jetzt hier zeichen hin auf gehst auf m neue kartenmarkierung oh da kommt der nächste na komm jetzt soll es aber mal gut sein hier in stück so dann machen wir jetzt einfach mal so wie weiter hier dass wir mal diese strecke bekommen updaten können wir später noch ja geben wir mal noch keine aus da liegen hier noch welche drin oder warte mal ich kann mir selber ein gewehr bauen was willst du denn machen was schießt man ich habe hier so dicken spucker der ist mir ein bisschen zu aufdringlich war da lust ich wollte sachen in den überschuss wo ist er denn er ist hier auf der kleinen insel so klingen wir langsam mal hier her hier wo ich bin da kommt noch kupfer an da wird dann festmaterial oder flüssig material und die abtransportiert ich glaube hauptsächlich festmaterial ja jetzt ich habe ihn was kaputt so erst mal das gut hat er noch eine schnecke ne meister ist doch langweilig reichen die auf passiv sind so baut er mir das ding nicht so und wir wollen ja hier auf green also der server ist ja wieder mal dezent leg so wie gesagt ich war teilweise 30 sekunden bis irgendwas gebaut ist heißt wir brauchen jetzt wir brauchen drei stück zweieinhalb weg hier dann müssen wir das noch mal updaten ja wollen wir da gleich gucken dass wir irgendwie den stall tower bauen ich würde mal vielleicht mal gucken dass wir das zeug da unten die kupfer sachen da mal ein bisschen aufräumen die aufräumen das ist da mal ein bisschen du machst ja kupfer inzwischen ne auch ja aber vermutlich nicht ganz so viel aber ich kann das sonst ja selber machen dass mein kupfer dort und kombinierst das irgendwie mit meinem kupfer tower ja da solltest du dann vielleicht eher gucken der stahl tower ist glaube ich aktuell wichtiger dass wir mal vernünftig stahlbeton und sowas kriegen beziehungsweise was brauchen wir als nächstes dann für die mk5 bänder dass man da schon vielleicht drauf gearbeitet guten abend daniel grüßtisch das wäre dann ja mal ganz interessant zu wissen irgendwie sehen nein ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020